HOlst und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Hallo und herzlich Willkommen zu David und Michel Scheisse Ja, damit haben wir nach Rüssel kommt hier. Ja, die Fresse. Ich geh zur Spitze, nimm du die Links. Ja, okay. Oh, ich seh sie schon. Ja, cool. Da holt sie sich wer? Ja, warte, scheiße. Ja, ich tue die Kille nicht. Da springt mit mir. Nachher mal ganz oben sind, schubs ich ihn runter. Warte, warte, warte. Ich tue so, als wäre ich nichts von euch. Von dir. Oh, wie ist er? Schwimmst du den ganzen Rund? Fällst du etwa? Oh, er ist wirklich gestorben. Er steht wirklich. Was für nur... Ist oben wer? Nope. Ist oben irgendwas? Nein. Ich glaube, ich werde sie nicht ausüben. Und welche? Ich kill dich. Komm, lauf, Schlampe, lauf. Sei still, Schlampe. Oh, Mann. Hör auf. Nein, 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 nein. Wo bist du? Wo bist du? Wie du das auch geklärt hast. Du drehst mich so ein krasen Krasen. Wo bist du? Nachher geh da rum. es kommt der soll kaum laufen ist der motto viel warum kannst du ihn könnte das leben ist nicht so als würde ich dann mit dem motto viel darum bringen da ist ein gegner will ich nur sagen ist nicht so richtig gesagt dass du bist dumm kind ich habe gewonnen okay das war's mit der asi runde ich glaube das nehmen wir so nehmen wir ja also ich habe sie sogar eine waffe ich könnte sie sogar spielen ich habe einfach mal ein paar leute einfach gefistet einen habe ich vom berg runter gefistet den anderen habe ich in die laube gefistet mit dem david auch obwohl er eine waffe hatte nein ich bin selber reihter ich habe die aufnahme vorher gesehen weil wir alles schnell gestorben sind innerhalb von 15 sekunden du willst gar nicht sehen was hier passiert ist wir kämpfen gegeneinander und auf einmal trittst du da im kreis und sagt michi wo bist du also dann das war es mit der aufnahme ich schaue was ich hier noch zahnbräge also dann tschüss ist gut tschüss ich bin top